Jawoll, Weihnachten kommt immer näher und näher ran. Ein Monat bis zu Weihnachten, das dauert auch nicht. Ich glaube schon, dass es ein Monat noch ist. Und ich habe jetzt mir in Photoshop so einen Wunschzettel angefertigt. Eigentlich wünsche ich mir nur, was ich eigentlich schon habe, ein iPhone. Aber trotzdem ein iPhone 4S und am besten ein Headset. Ja, das war eigentlich, was ich noch... Ja, das bräuchte ich. Anderes brauche ich gar nicht drin. Und, ähm, sagt mal eure Wunschliste, was ihr euch wünscht. Wie läuft es bei euch ab? Lässt ihr euch von euren Eltern oder Brüdern oder was auch immer überrascht, was ihr kriegt zu Weihnachten? Oder sagt ihr das denen auch, was ihr haben wollt? Und, ähm, ja. Einfach in den Kommentaren schreiben. Und bis zum nächsten Tutorial, Info-Video oder auch Game-Analyse.